Es ist mal wieder Actionzeit. Ich stehe hier hinter meinem Haus. Hinter mir ist der Blick zum Garten. Der hat sich etwas verändert. Vor mir, auch da, der Blick zur Garage, zur Schule hat sich geändert. Es ist einiges passiert. Ich habe hier wieder einen kleinen Müllcontainer. Bei meinem letzten Video war ich etwas kränklich und war etwas unmotiviert. Ich habe hier an meinem Hauswirtschaftsraum gearbeitet. Auch da der Hauswirtschaftsraum hat sich verändert. Die Wand ist da, das Dach ist da. Die Verkleidung habe ich noch nicht so weit, aber ich habe angefangen mit der Grundstruktur für meine Dämmung zu bauen. Auch hier, die Südseite, die Giebelseite, wird da weiter gebaut. Ich habe hier vorne auch, hier unten, da hat mir mein Vater sehr viel geholfen, die Drainage angefangen zu legen, zu bauen. Ich hatte einfach keine Lust mehr auf Tiefbau. Zum Glück war da jemand, der mir einfach geholfen hat. Und wir haben hier die Zisterne dafür genommen, damit wir das ganze Wasser sammeln können, um das dann wieder im Sommer für den Garten zu verwenden. Okay, hier wird jetzt in den nächsten Tagen genau das Gleiche passieren, wie hier beim Hauswirtschaftsraum. Diese Holzkonstruktion wird aufgebaut und da kommt dann eben auch die Dämmung rein. Die gleiche Dämmung, die da oben auch ist. Das heißt, es ist Steikoflex. Das sind Holzfaserplatten, die einfach einen sehr, sehr guten Dämmwert auch haben und sehr natürliche Sachen sind. Also ich stehe da so ein bisschen auf die Natürlichkeit von Produkten. Hier vorne, die Hecke, ja, die ist schneller abgewesen, als das meine Frau wollte. Da habe ich ein bisschen Schimpfe bekommen. Eigentlich wollte ich sie nur oben die Köpfe abgeschnitten haben. Ja, da war ich etwas zu schnell. Ich wollte auch die ganzen Äste weg. Da wird auch noch das eine oder andere passieren. Hier vorne siehst du auch schon, hier habe ich angefangen, so die ersten Latten aufzubauen, um eben da für die Dämmung was zu machen. Okay, hier siehst du auch Kabel rauskommen. Ja, es ist so langsam an der Zeit, dass eben auch der Elektriker seine Arbeiten machen darf. Und wenn du jetzt mit mir hineinkommst, hu 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 hu, ja, hier sind wir drin. Überall liegen Kabel. Kabel kommen aus der Wand raus. Aus da, eine, ja, meine schönen Wände wurden leider wieder kaputt gemacht. Die haben mir gedacht, oh Gott. Aber das gehört eben auch dazu. Die werden ja eben auch verputzt. Hier in meinem Praxisraum, da hängen die Kabel eben auch da für die Lichter von oben. Ich frage mich gerade, was das alles wird. Aber es wird spannend. Hier in den Empfangsraum, auch da, Kabel, Kabel. Und du siehst noch was anderes. Hier ist, der Boden ist schwarz. Das ist eben so die Dachpappe, die Unter oder Unterbahn, damit von unten kein Wasser hochkommen könnte. Und das ist eben auch hier abgedichtet. Auch das war eine sehr, sehr anstrengende Arbeit, alles schön sauber zu machen. Hier weitere Kabel. Hier ist im Wohnzimmer so ein bisschen das Holzlager geworden. Da habe ich die Bretter hingelegt, die ich so brauche. Und weiter Schweißbahnen, um eben von unten die Dichtheit zu haben. Wir gehen weiter. Aber, also du siehst, es ist schon einiges passiert. Und wir gehen mal, auch da das Spannende, in den Hauswirtschaftsraum. Ja, Kabel und Kabel. Also ich bin schon sehr gespannt. So meine Vision von dem Ganzen hier mit der Lichtgestaltung. Wir haben ja die moderne Technik von LED. Ich bin mal gespannt, was da passiert. Auch hier der Hauswirtschaftsraum. Schau dir das mal an. Das letzte Mal war hier noch Erde. Da war der Himmel noch offen. Jetzt habe ich hier die USB-Platten. Die habe ich dort hingelegt, macht mit Freunden. Damit, weil alleine kann ich die nicht hochbringen. Hier unten Kabel, weil auch hier hinten, wir gucken mal um die Ecke. Hier wird dann auch da meine Elektrik ihr Herz finden. Hier wird ja auch ein kleines Bad werden mit einer Dusche auf dieser Seite. Und hier geradeaus wird dann ein Klo werden. Da war das letzte Mal auch noch keine Wand. Es ist schon manchmal echt spannend, was so passiert. Gerade, wenn ich immer wieder so die Videos im Rückblick sehe. Also es ist echt spannend. Hier geht es nach draußen. Auch da, die Tür war noch nicht da. Das ist jetzt mal eine schöne Tür in den Garten dann später. Ich drehe mich einmal um. Hier wird dann das Heizherd sein. Im Heizherd habe ich hier noch ganz wenig Platz. Aber hier ist mein Klo. Was natürlich auch wichtig ist. Weil auch da ein Klo... Man muss mal aufs Klo. Ja, wie es da ist. Okay, wir gehen nach hinten raus. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe gestern mich so ein bisschen abgestürzt. Und habe mir den... Nein, vorgestern war das so ein Rückenbeer getan. Keine schöne Sache. Okay. Hier haben wir die Holzkonstruktion. Die Holzkonstruktion, so wird sie sein. Und da werden wir dann die Dämmung hinein machen. Und darüber kommt dann eben auch wieder eine Unterspanbahn. So ähnlich wie das hier oben auch ist. Und damit das eben, ja, atmungsaktiv bleibt. Also ich möchte ein Hausarben, was atmet. Was eben auch lebt. Ein Leben hat. Um eben den Bewohnern im Haus ein angenehmes Klima wiederzugeben. Also so sieht das aus hier draußen. Und auch im Garten wird das eine oder andere jetzt demnächst passieren. Wir gehen jetzt nochmal einen kleinen Blick hinein. Oben ist nichts weiter passiert. Oben ist einfach nur sauber gemacht worden. Damit der ganze Staub mal hier so raus ist. Also, so sieht es hier in meiner Praxis aus. Lauter Kabeleien. Der Elektriker macht seine Arbeit. Jetzt demnächst wird auch der Lehmputzer kommen. Und der Fußboden wird gemacht. Und der Installateur. Damit das eben auch weitergehen kann. Und damit ich, sobald es geht, eben auch hier einziehen kann. Wann das sein wird. Weiß ich noch nicht. Aber ich gebe natürlich da mir auch mit allen meinen Fähigkeiten, Möglichkeiten, die ich habe, das um hier zu arbeiten. Das Haus hat mich schon einiges an Schmerzen gekostet. Wie zum Beispiel mein Finger. Jetzt gerade eben mein Rücken, wo ich eben vom Gerüst leider abgestürzt bin, weil ich mich vergriffen habe. Tat weh. Ja, und auch da das Hören und Sehen zu verlieren durch Schmerzen ist keine schöne Sache. Passiert aber. Also, ich bin auf den Wegen der Genesung, damit ich hier wieder voll anpacken kann. Jetzt mache ich nur mit kleinen Hilfsarbeiten. Aber auch die müssen eben gemacht werden. Und daher ist da so meine kleine Aufgabe. Also, bleib dran. Ich freue mich, wenn du diesen YouTube-Kanal abonnierst und auf Facebook mir deinen Daumen hoch gibst. Wenn du noch weitere Ideen und Fragen hast, dann kannst du mir gerne auch da eine E-Mail schicken. Bleib dran. Bleib gesund. Pass auf dich auf. Bis dahin. Ciao. Dein Coach. Andy.